Musik 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 Aus den Kriegsbriefen von August Stramm an Nell und Herbert Walden. Im Schützengraben, 14. Februar 1915. Ihr Lieben, Lieben, die Welt braust, mein Kopf, mir ist alles platzt. Ich habe sechs schwere Gefechtstage hinter mir, der furchtbarste war gestern der 13. Du hast mal gesagt, man kann sich alles vorstellen. Du hast recht, alles. Aber vorstellen und das vorgestellte Erleben, das sind zweierlei. Vorstellen, ja, aber fühlen kann man es nicht. Ich bin nicht furchtsam. Ich habe keine Furcht gefühlt. Das war mir zu lächerlich kleinlich. Zum Fürchten war alles zu furchtbar. Aber ein Grauen ist in mir. Ein Grauen ist um mich. Wald wogt umher. Er wirkt, verstrickt. Es ist nicht mehr herauszufinden. Entsetzlich. Ich habe kein Wort. Ich kenne kein Wort. Ich muss immer nur stieren. Stieren, um mich stumpf zu machen. Um all das Gepeitschte niederzuhalten. Denn ich fühle es. Ich fühle es ganz deutlich, dass das peitscht und krallt nach meinem Verstand. Gott sei Dank, dass ich roh bin. Dass ich so viel Rohheit in mir habe. Physische Rohheit, die ich sonst immer niederhalte. Jetzt soll sie kommen. Jetzt rufe ich sie. Und klammere mich daran. Hast du schon mal einen Fleischerladen gesehen, in dem geschlachtete Menschen zu Kauf liegen? Und dazu stampfen mit ungeheurem Getöse die Maschinen und schlachten immer neue in sinnreichem Mechanismus. Und du stumpf darin. Gottlob stumpf. Schlechter und Schlachtvieh. Und schwarze Teufel stampfen allenthalben urplötzlich aus dem Boden die Schlechtergesellen, die Granaten. Und Schwefelgelbe laufen dazwischen für die Kleinarbeit, die Schrapnells, geschäftig hin und her. Und die kleinen Wiegemesser zischen und klippen unaufhörlich dazwischen geschäftig, eilig, heftig das Gewehrfeuer. Gestern riss so ein schlechter Geselle meinen Nebenmann mit einem einzigen Griff in Fetzen und überschüttete mich hohnlachend mit Blut und Fleisch und Dreck. Lass genug sein. Lass genug sein. Vorgestern Nacht bekam ich die Liebesgedichte. Essen und Post wird uns immer nur nachts gebracht. Trotz Finsternis, Regen, Donnern, krachen ringsum, ich musste das Paket öffnen. Ich glaube, es sind nur wenige Liebesgedichte so geöffnet worden. Ich war entzückt und ich bin entzückt. Habt Dank. Innigen Dank, ihr beiden. Dank. Dank. Oh Gott, jetzt geht die Schießerei schon wieder los. Dank für alles, für das ganze Buch, die Ausstattung, die Anordnung, alles. Ich muss raus. Lebt wohl. Auf Wiedersehen. Euer August Stramm. Euer August Stramm.